Hier präsentieren wir die 5 besten Brotröster Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. TZS Fürst Austria, gebürstete Edelstahl 4 Scheiben Toaster. Alle wir wissen, wie es schwer ist, verschiedene Gerichte stundenlang zuzubereiten. Es gibt zur Zeit eine große Menge der Modelle von Toastern, die nur 1 oder 2 kleinen Schlitze haben. Und wenn Sie die Toastscheiben für die ganze Familie schnell zubereiten wollen, dann präsentieren wir Ihnen Edelstahl 4 Scheiben Toaster von TZS Fürst Austria. Dieses Modell ist mit 2 breiten Schlitzen für die Toastbrote ausgestattet. Sie können in ihm 2 oder 4 Brotscheiben, sogar dicke Brotscheiben gleichzeitig rösten. Dieser Brotröster ist sehr leistungsstark, da er 1500 Watt Leistung hat. Man kann auch einen stufenlos einstellbaren Bräunengrad von 1 bis 7, wo 1,4 Stufen zum Toasten und 5,7 Stufen für Brötchen auf Satz wählen. Nummer 4. AEG A3300 Perfect Morning Doppelschlitz Toaster AEG A3300 Doppelschlitz Toaster ist eine gute Lösung für die Menschen, die die Toastbrote zum Frühstück gerne essen. Dieses Modell ist es ins kleinste Detail perfekt durchdacht. Das Gehäuse dieses Geräts ist wärmeisolierend, dass Sie während seiner Arbeit keine Verbrennungen erhalten. In diesem Brotröster gibt es einen integrierten Brötchen-Aufsatz für knusprige und schmackhafte Brötchen oder Quarsants. Dank diesem Aufsatz können Sie auch verschiedene Backwaren auftauen und aufwärmen. Es gibt dazu eine Auftaufunktion und eine intelligente Warmhaltefunktion. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Seewelnat 2515 Automatik Langschlitz Toaster Seewelnat 2515 Automatik Langschlitz Toaster ist eine ausgezeichnete Lösung für die Menschen, die die Toastscheiben mit gleichmäßiger Bräunung auf beiden Seiten zum Frühstück wollen haben. Das Gehäuse dieses Geräts ist hochwertig, wärmeisolierend und doppelwandig. Es ist auch aus Edelstahl gemacht. Dieser Brotröster hat ein stilvolles und modernes Täsichen, deshalb ist er für jede Küche gut geeignet. In diesem Modell sind 6 Bräunungsstufen vorgesehen. Der Schlitz ist groß genug und breit. Deshalb können Sie 2 kleine Toastbrote gleichzeitig oder ein großes Toastbrot rüsten. Die Leistung dieses Geräts beträgt 1000 Watt. Das bedeutet, dass Sie schmackhafte und knusprige Toastscheiben in Minutenschnelle bekommen können. Nummer 2 Philips HD 2595-00 Toaster Philips HD 2595-00 Toaster hat ein ergonomisches und praktisches Täsichen. Das Gehäuse dieses Brotrösters ist polarweiß und glänzend. Die Außenfläche ist wärmeisoliert, deshalb können Sie das Gehäuse während der Arbeit problemlos berühren. Dank einem mechanischen Regler kann man die gewünschte Bräunungsstufe insgesamt 7 Stufen wählen. Dieses Gerät von Philips ist auch kompakt. Sie können für das einen Platz in jeder Küche finden. Mit Hilfe grafischer Zeichen auf dem Toaster kann man Baguette oder Croissant auftauen oder aufwärmen. Es gibt auch eine Liftfunktion, dass Sie große oder kleine Brotstücke weiter nach oben heben und herausnehmen können. Diese Funktion ist sehr bequem Punkt 2 Und die Nummer 1 unserer Liste Tefal DT 5500 Toaster Toastnik Wenn Sie ein hochwertiges Frühstück zubereiten möchten, verwendend nur ein Gerät, dann beachten Sie dieses Modell des Brotrösters von Tefal. Dieses Modell ist unikal und funktional. Mit Hilfe dieses Geräts kann man die Eier 4 Stücke kochen, Toastbrote in 2 Schlitzen rösten, die vorgegarten Speisen wie Würstchen, Schenken, Beken und so weiter auf einem speziellen Dampfeinsatz aufwärmen. Es gibt auch die Möglichkeit, Eier in einem Eierpfändchen zu pochieren. Dafür soll man nur Wasser in der untere Sektion mit Hilfe des Messbechers wird mit dem Toaster mitgeliefert eingießen und auf den Knopf, der sich im vor deren Teil des Gehäuses befindet, drücken. Es gibt noch 2 Knöpfe für gleichzeitige Zubereitung von Eiern und Toastbroten und für die Zubereitung von Toastscheiben. Die Leistung dieses Brotrösters beträgt 1200 Watt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.